Die Elektrostatik-Air-Mix Handpistole In unserem Hause 1975 entwickelt wurde Die Kombination beider Technologien Macht unsere NanoGunMX so unübertroffen effektiv Sie ist für nahezu alle Märkte und Anwendungen geeignet Überall, wo eine leistungsstarke und sehr feine Zerstörung erforderlich ist Unsere NanoGunMX besteht aus einer Handpistole und einem Steuerteil Die Bruchspannung zur Erzeugung des elektrischen Feldes wird in einer Pistolenkörper integrierten Kaskade erzeugt Die externe Steuereinheit ist mit einem Wiederspannungskabel mit der Pistole verbunden In der neuen Generation, unser NanoGunMX wurde bewusst auf eine integrierte Steuerung verzichtet Dadurch wird unsere Handpistole wesentlich leichter und erheblich robuster Unsere Air-Mix Technologie ist grundsätzlich eine Hochzutzerstäubung mit einer überlagerten Luftzerstäubung Dadurch werden die Vorteile der hohen Auftragsleistung mit dem hervorragenden Finishing kombiniert Alle drei Technologien in perfekter Kombination ergeben ein hervorragendes Beschichtungsergebnis Gepaart mit höchster Auftragsleistung, geringem Oberspray und optimierter Ergonomie Gepaart mit aufgeregt Vielen Dank.